Das Refit-Jahr 2023 ist jetzt endgültig vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause und werden erst im Jahr 2024 wieder zurück zum Boot kommen. Uns bleibt nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Bis nächstes Jahr. Jetzt sagen wir es mal, wir anfangen. Was? Fangen wir an. Uns? Uns bleibt nur noch. Uns bleibt nur noch, einen guten Rutsch zu wünschen. Bis nächstes Jahr. Wir schaffen das zu zweit nicht. Aus ist. Er muss noch was sagen. Er muss noch was sagen. Ich danke für die Treue durch das ganze Refit-Programm. Viele kennen den Kanal Sailing Squibb ja, als noch gesegelt wurde. Und ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass der Refit so lange dauert. Ich schon. Und manche halten uns ja schon die Stange, seit wir noch in Griechenland gesegelt sind. Und dafür möchte ich mich besonders bedanken. Aber natürlich auch bei denen, die erst während des Refit zu uns gestoßen sind. Also noch einmal. Guten Rutsch ins neue Jahr. Boah, tust du keine Nase. Ja, es ist auch kalt. Nein, es hat 12 Grad.